Sieht fast schon wieder nach Normalität aus. Ein Percussion-Workshop im Stuttgarter Theaterhaus vor Ort. Die Boom Percussion Academy hatte zum Meisterkurs geladen. Ein ganzes Wochenende lang waren Schlagzeugstudentinnen und Studenten aus aller Welt da. Es ist total großartig. Was ich am meisten vermisst habe, ist nicht das Musikmachen, sondern das Musik mit anderen Leuten zu machen und was zu teilen. Es ist wahnsinnig aufregend. Ich liebe diese Kurse. Ich lerne dabei jedes Mal total viel. Rosanna Bribo ist extra aus Genua angereist. 9 Stunden mit dem Auto. Das liegt auch am weltweiten Ruf der Dozenten des Trios Boom Percussion. Kai Strobl zählt zu Europas besten Schlagwerkern. Sein Bruder Marc ist Drummer an der Staatsoper Stuttgart. Gemeinsam mit Lorenz Behringer vom Nationaltheater Mannheim geben sie ihr Wissen an den Nachwuchs weiter. Wir wollten das jetzt einfach auch durch diese Akademie simulieren. Dass die Leute echt mal wieder gepusht werden, live zu performen und einfach auch mit Publikum zu arbeiten. Eine Live-Show Corona-konform geht leider noch nicht. Dafür wird aber vor den anderen Teilnehmern geübt. Am Ende dann trotzdem Konzertatmosphäre, fast wie im richtigen Leben. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020